Man hat mich weiter verschenkt, nach Würselen. Ist da nicht der Martin Schulz hergekommen? Ja, ganz genau. Ich war der Glücksbringer für den Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Das Ergebnis kennen Sie ja. Und hat er Sie dann behalten? Nö. Der hat mich weiter verschenkt, nach Wolfsburg zu Volkswagen. Diese Abteilung. Oh, oh. Immer wenn ich was erzähle, sagen alle Leute nur, oh. Sind Sie dann in Wolfsburg geblieben? Nö. Die Reise ging für mich weiter nach Hamburg. Zur VHS. VHS zur Volkshochschule. Nö. Ole, ole, ole. Sie meinen nicht die VHS, Sie meinen den HSV. Ja, genau der war's. Sie waren der Glücksbringer für den HSV? Hm, den Fürth haben mich nicht gewollt. Josef Lenín. Cool. VHS. Vielen Dank.